Nee, also ich wusste sicherlich nicht schon im Alter von zehn Jahren, jetzt will ich Professor werden, sondern ich hatte ganz andere Träume, vom Urwaldforscher bis zum Astronaut. Und anfangs wollte ich auch eigentlich Journalist werden. Und das ist eben durchs Studium so gekommen. Ich habe da irgendwo mein Faible für entdeckt, habe gemerkt, das macht mir auch Spaß. Und dann als ich die erste Mitarbeiterstelle hatte, dann war ich letztlich angefixt. Und seither will ich eigentlich nur noch Wissenschaft machen.